Was passiert? Kannst du hier nochmal blasen, das ist noch nicht... Vorher können wir nicht anfangen. Was passieren würde, ne? Was hat Ong eigentlich die Woche so gemacht? Ja Freunde, das geile ist doch hier im Puff-Kanal, hier auf Twitch. Wir sind der einzige Kanal wirklich mit Straf-Donations, beziehungsweise die Straf-Donations akzeptieren. So, du Suppen-Trolli! Geh mal beiseite, ich mach dir das mal eben! Man kann sich quasi unsere Liebe zurück erkaufen. Body Bitch! Body Bitch! Body Bitch! Body Bitch! Passt das nicht an? Nachher heißt das, wir haben das Schrott gemacht. Warum liegt denn der Operator jetzt am Boden? Der Geruch bremst in die Augen! Der einzige Kanal, der noch nicht gebannt wurde, aber es verdient hätte. So, vielen Dank an die Raiders da draußen. Macht euch das gemütlich hier. Das heißt doch jetzt mittlerweile Twitch. Einmal Puff-Liebe für den König. Und einmal ein bisschen Liebe für die Pimp. Was? Was heißt denn der Raider? Wie, das heißt jetzt Twix? Der Logo heißt das Twix, Alter. Das heißt Twix? Schon lange. Wie schon lange? Ja, frag doch mal Dynamite. Wie lange heißt Raiders denn schon Twix jetzt? Schon saulange, Alter. Nee, das kann nicht sein. Ich hab doch locker, das ist doch noch gar nicht so. Letztes Wochenende? So und so. Dann hatte ich doch... So war das. Nee, stimmt. Letztes Wochenende hast du noch Raiders gesagt. Ich bin der schlumpfen Cowboy Joe. Man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der schlumpfen Cowboy Joe. B.I.C. Der Sonntag 18 ist fast. Twix Livestream.